Hallo, mein Name ist Michael Traxler, ich bin der Leiter der Serviceabteilung von Grundig Business Systems. Und mein Name ist Christina Hoffmann, ich bin Marketingleiterin. Wir möchten Ihnen heute erklären, warum es so wichtig für Sie ist, einen Servicevertrag bei Grundig Business Systems abzuschließen. Herr Traxler, was genau ist denn ein Servicevertrag? Ein Servicevertrag ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Grundig Business Systems, in dem Grundig Business Systems Ihnen bestimmte Serviceleistungen zusichert. Was könnten denn das zum Beispiel für Services sein? Also das sind im Prinzip drei große Bereiche, das ist der Softwarebereich, der Softwareversionsbereich und der Bereich Geräteservices. Wie sieht es denn aus bei der Software? Bei der Software ist besonders hervorzuheben, dass Sie als Servicevertragskunde direkten Zugriff auf einen Supporttechniker von Grundig Business Systems haben, der Ihnen effizient und schnell im Problemfall hilft. Und was ist bei neuen Versionen der Software? Bei neuen Versionen werden Sie von uns informiert. Gibt es ein Software Upgrade, bekommen Sie als Servicevertragskunde die Upgrade-Software kostenlos, zum Unterschied von allen anderen Kunden, die dafür in der Regel bezahlen müssen. Bei den Gerätedienstleistungen ist besonders der Vor-Ort-Austausch hervorzuheben. Das heißt, haben Sie ein defektes Gerät, rufen Sie lediglich bei uns an, wir senden Ihnen dann ein Austauschgerät zu und das nicht nur die ersten 24 Monate, sondern solange der Servicevertrag läuft. Na toll, dann möchte ich nur noch wissen, was muss ich denn als Kunde machen, um so einen Servicevertrag abzuschließen? Ganz einfach im Internet erstmal den Servicevertrag runterladen, sich den Servicevertrag anschauen und ausfüllen, das geht ganz einfach, und dann einfach zu uns als E-Mail weiterleiten und senden. Na gut, dann schauen Sie doch bitte auf www.grundig-gbs.com slash Servicevertrag. Dort finden Sie alle Details. Oder wir beraten Sie auch gerne telefonisch unter der Telefonnummer 0921 898 200. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.